Der Ball rollt wieder. Nach langer Pause dürfen Kinder und Jugendliche endlich wieder Fußball spielen. Für die U11 von Rapid Lienz stand heute das erste Training seit Monaten an. Im schneereichen Dolomitenstadion wurde dafür ein ganzer Platz freigefräst. Trainiert wird unter Auflagen und mit Abstand. Körperkontakt ist noch nicht erwünscht. Hallo, ich bin der Trainer von der U11 bei Rapid Lienz. Mein Name ist Christoph Nörmann. Und ich freue mich sehr, wieder Training zu machen, weil die Kinder brauchen ihre Gewohnheiten und die Bewegung. Es wird heute ein Trainingsablauf so sein, dass Konzentration, Bewegung und Teamfähigkeit trainiert wird. Die jungen Kicker sind froh, dass es wieder losgeht und erzählen uns, worauf sie sich am meisten freuen. Also ich freue mich endlich wieder, dass ich Fußball spielen kann. Du hast doch älter. Ich habe immer am Freitag zu einer Mittwoch mit meiner Freundin wieder spielen können. Weil ich mich wieder frei bin, endlich mal Fußball zu spielen können, weil wir haben es jetzt in fast einem Jahr, glaube ich, nicht mehr gespielt. Und die ganze Zeit in der Schule, wo ich so blöden Spiele zu spielen habe, hat auch keinen Spaß mehr gemacht. Deswegen freue ich mich wieder. Ich freue mich, dass man wieder mit meiner Freundin spielen kann. Ich freue mich, weil wir wieder alle zusammen Fußball spielen können. Ich freue mich heute wieder, dass wir mit meiner Freundin wieder Fußball spielen können. Ich freue mich wieder, Vollkommen zu spielen, weil es Spaß macht. Und wegen Kulose ist es echt schade, dass wir letztes Mal nicht spielen gekannt haben. Ich freue mich, dass wir mit meiner Freundin spielen können. Ich freue mich, dass wir mit meiner Freundin spielen spielen können.